Hier geht es also in die Zwischenwelt. Ob das so geheuer ist? Ja, ja, du gehst also vor. Gehst du vor? Ja. Ich, ich, ich lauf hinten. Falsch. Den Rücken freidecken halten. Ja. Was ist das hier? Das ist eine Hitze. Ja, warm, warm, warm ist hier. Das ist eine Hitze. Heiß, regelrecht heiß. Oh, da fühlt es hier immer wärmer. Ich muss da mal eine Pause machen. Kann ich kurz warten? Ja, ich muss jetzt warten. Wie ist das mal? Wie hältst du das aus? Nee, das ist zu warm. Wie hältst du das aus? Mit der ganzen kleinen... Hier geht man ja ein. Da läuft einem ja die Suppe, die Brühe, runter. Kannst du mir helfen beim Ausziehen, bitte? Ja. Ich, das ist so, das ist so eng hier. Ah. Hast du deine Sache noch? Ja. Vergiss deine, deine Waffe nicht. Ah, die Sache. Soll gefährlich sein. Hier habe ich es vielleicht mal gelesen. Das geht gar nicht mit der Hut, ne? Weißt du, da gibt es so ein Buch. Ich war mal in einem Weltraubencafé auf dem Klo. Hä? Da gab es ein Buch und da gab es so einen Sonderbericht über die Zwischenwelt und ihre Eingänge. Was wabbelst du da? Da soll es gefährlich sein, habe ich jetzt nicht da gelesen. Oh. Es sind wenige zurückgekehrt. Ah, ich habe das, ich habe das schon einige Male gemacht. Du kannst mir hier kein Zoll bezahlen oder so. Nee, 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 komm. Ich habe gerade nicht so viel. Der wabbeln nicht. Läuft nicht so gut mit dem. Wir laufen einfach weiter. Wir verkaufen. Laufen einfach weiter. Ich muss, lass mich weiter aussehen, das ist sehr warm. Sehr, sehr warm. Boah, ist doch haarig hier. Das ist so stickig. So stickig ist das hier. Guck mal das. Sag mal an. Das ist ganz nass. Hier nehm ich das, das. Das ist schon vom Schweiß. Bah. Obwohl ich Weltraum-Deo benutzt habe, schwitze ich hier. Ich glaube, ich lasse da noch. Astro-Schweiß. Das ist das. Normalerweise schwitzt man ja nicht beim Weltraum. Kennst du mich? Deo-Spray. Oh, nicht abgetaert bin. Hasse alle. Los geht's. Das ist noch die Viehscheine. Halt, stopp. Boah. Weltraum-Polizei. Einmal die Ausweise und Reiseplatte, bitte. Jetzt kommen Sie nicht vorbei. Ausweis. Ausweis. Einmal Ausweis. Zweiter Ausweis. Ja. Und die Reisepässe? Ja. Sehe ich. Nee, nee, das geht nicht. Aber dass die Stoche Reisepass... Nee, das geht nicht. Sie sind schon öfters gefahren, ich weiß. Aber nee, das geht nicht. Ich bin ja Detektiv. Aber, äh... Wir müssen da... Ich kann... Ich kann dich doch mitnehmen. Nee, 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 nee. Das machen wir nicht. Ich kann dich doch mitnehmen. Weisung von oben. Nee, nee, geht nicht. Aber guck mal, wir haben es... Wir haben es da eilig. Ja, nee, ist egal. Alle haben es eilig. Ich auch. Aber... Könnten wir uns... Werte Frau, Weltraumpolizei... Wie ist denn Ihr Name? Ja, ich bin... Äh... Marianne. Ja, Marianne... Äh... Das ist ein schöner Name. Ja, ich weiß. Könnten wir nicht vielleicht Ausnahme machen? Nee, nee, machen wir nicht. Nee, geht nicht. Hm. Aber hören Sie, wir haben... Wir haben da eine andere Situation. Marianne, wir gucken... Ja, nee, nee, machen wir nicht. Wir müssen in die Zwischenwelt und... Das ist nicht in der Regel. Schau mal, ich habe ein Portfolio dabei. Ich bin Bildhauer. Oh! Das sind... Darf ich das mal sehen? Ja, bildhauerische Auseinandersetzungen mit der Planeten. Das ist völlig durchdacht. Hm, ja, habe ich auch schon mal gesehen, sowas. Ja, guck, das ist ganz was Feines. Und... Es läuft gerade nicht so gut mit dem Verkaufen und... Hm, ja, schade. Ich hatte nicht genügend übrig für ein Reisepass-Ticket zwischen Welten-Basierschein. Und... Ja, das ist ein Bildhauer, ne? Hm. Ja. Ja, schön. Wollen Sie sich das nicht mal von den Namen angucken? Ja, darf ich das mal sehen? Marianne, wie wäre das... Du behältst das und zeigst uns, wie wir in die Zwischenwelt kommen. Aber darf ich das haben? Ja, ich kann dir auch was rein schreiben. Schön. Ja, Mensch, das geht ja direkt ins Herz. Ähm... Ja... Wir sind gute Menschen. Ja, das glaube ich. Ja, ja, gut. Dann... Ja... Mal besuchen kommen. Ja... 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 Ja, sicher. Dann mal zu Besuch kommen. So im Atelier. Ja... Ja, sicher. Atelier. Ja. Bildhauer-Atelier. Tolle Aussicht. Planeten... Das ist schön. Ja, dann machen wir das. Ja, das ist doch richtig. Dann drücke ich mal beide Augen zu und dann gehen wir einfach. Aber, äh, was ist das denn da? Ach, das... Das ist... Das ist... Das ist Spielzeug. Nee, das geht nicht. Nee, aber... Das ist... Ich kenn das. Das ist ne Waffe. Darf ich das bitte haben? Ja, aber muss ich da verteidigen? Nee, 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 das geht nicht. Nee, 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 nee. Die ist sogar geladen. Die ist sogar geladen. Schweren Herzens. Schweren Herzens. Können Sie sich abholen, wenn Sie zurückfahren. Aber sonst geht das nicht. Bring es einfach mit ins Atelier. Und Sie? Haben Sie da was versteckt? So, das machen wir nicht. Wo denn? Ich lass nur gute Menschen durch. Wo denn? Ja, haben Sie ne Waffe? Nee, ich hab Ihnen doch meinen Ausweis gezeigt. Ja, aber da steht ja nicht, dass ne Waffe drin ist. Nee. Meinen Sie das hier? Ja, das da. Ja, was ist das? Ja, das ist... Das ist... Das brauche ich. Nee, nee, nee. Nee, das da. Das ist... Das ist... Nee, das ist ganz gefährlich. Nee, wenn Sie das jetzt hier lassen, dann kann ich hier auch zur anderen Welt holen. Aber bringen Sie das dann einfach mit. Ja, nee. Wir können aber auch nicht ohne der Arbeit. Ja, mal gucken. Ja, mal gucken. Ja. Nee, aber hier. Das können Sie dann wieder haben. Und das auch. Und das behalte ich dann auch, ne? Ja. Dann können wir jetzt auch gehen, ne? Ja, gehen. 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 Ja, dann kommen Sie mit. Ach, ja. Oh, da war jemand. Biss ich. Biss. 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 A Saw, da bin ich, sie Danke. Ja, ich melde mich. Hier? Ja, Marianne, im Atelier. Ja, ich komme vorbei. Kommt gerade vorbei. Ja, gerne. Voll gerne, ja. Gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.